Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von SimAirport. Ja, ich habe hier die ganzen Desk, den Gates zugeordnet. Ich habe auch überall schon dieses Tankrohr hier hingesetzt. Das ist das, was ich in der letzten Folge noch gesagt habe, was ich offscreen mache. Was kann man denn hier machen? Zuweisen? Was gibt es denn für Fahrzeuge? Gepäckwagen, Tankwagen, Vorfeldbus. Ah ja. Ja, ich mache jetzt erst mal Play. Äh, bah, so, genau. Ähm, das ist die... Genau, das sind die Sicherheits-Bäden, das ist der Sicherheitsschalter. Wo, ähm, ja, sozusagen die Leute nochmal durch müssen, die Passportkontrolle. Ähm, wir müssen hier auf jeden Fall auch noch die Böden anpassen. Äh, ich hätte das jetzt einfach mal bis hier tatsächlich gelacht. So, äh, das nehmen wir auch noch mit dazu. Das Kaffee machen wir gerne wieder zu einer Holzoptik. Die Spielzone ist noch ohne. Ähm, warte mal. Ach so, wo beton, dazu stehe ich. Äh, boah, ja, dann nehmen wir das da. Und ich hätte gesagt, hier machen wir mal eine Wand hin. Und das ist die Techn... Ne, die Elec... Genau, so. So, benötigt einen geschlossenen Raum. Ja, das kriegst du gleich. So, sehr gut. Muss erreichbar sein direkt oder durch eine Türe. Alles klar. Na, dann machen wir mal so einen Personaleingang. Gut, was gehört in so... Ne, in so ein Elektrik-Dings rein? Objekte. Deco, Komfort, Verkauf, Operatoren, Strukturen, Saubung? Tankstelle. Krabbelanzeigen? Okay. Warte mal mit Abwärts... Ne, das brauchen wir alles nicht. Schlangenplanung? Versorgung? Ne, da war ich gerade. Strukturen vielleicht. Steckbandbahn steht mittlerer Hand da. Strukturen... Straßen... ...Pumpe... Poah. Ne, dann gehen wir mal hier unter Alle... ...und... Elektronik. Okay, aber was kann ich denn da bauen? So, PA-Lautbrecher, zweiseitig. So, So. Va-la. Ok. Abbrechen. Hier so. Und hier und hier. Ich hab absolut keine Ahnung wie oft man sowas braucht. Okay was brauchst du? Du musst mit einem PA verstärker zu... Du musst ein... Okay das hatte ich doch grad. PA verstärker, PA verstärker HD. D? Ah für bis zu 10. Hm. Dann bist du aber auch deutlich größer. Äh gut fürs... Falsch. Ja dann. Verbinden. Ah warte mal. Ja genau. Ich lass mal verschließen. So also. Dann machen wir mal. Verbinden mit dem da. Ja. Dann kann ich noch nicht. Das ist eigentlich auch wieder was. Dass man das... Sozusagen... Offscreen machen kann. Als ob. ... 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 9, 10, ok immer hier und hier und hier und mach jetzt mal schließen, ja das ist die frage wie machen wir das hier vor den gates? Machen wir da Schlangen? Also machen wir hier äh die da? Machen wir hier wirkliche Schlangen oder? Oh, ich kenne die legen wie ich will. Boah, oder ich mach das so. Das geht natürlich auch. Oh, oh. Oh, oh. Eh? Oi. Ok. So. Bei denen da unten muss ich mir noch was überlegen. Hä, ich hab doch weg gemacht. So, wie gesagt, bei den ganzen gates. Hier unten. Äh, ne, sorry, bei denen hier. Hm, ja. Kann man eigentlich trotzdem machen. Das war die andere hier. Und hier machen wir es so. Zuordnen zu. Zuordnen zu. Zuordnen zu. Zuordnen zu. Bei unten. Oh, das Flugpersonal. So, das Flugpersonal. Separate... Eingänge? Ach, schlecht. Machen wir den hier mal das weg. Ähhhhh, achso. Ich lasse es einfach mal so und öffnet das Licht zu. Ich probiere es mal einfach. Okay. So, wir müssen ähh, hier noch, ja. Das sind WCs, dann hätte ich fast gesagt machen wir hier auch nochmal WCs. Ähm. Und brauchen wir eine Tür. Oh je Leute. So ein Urinal. Oder mehrere Urinale und Waschbecken. Sehr gut. Dann müssen wir hier noch gescheite Fußböden rein machen. Sehr gut. So was ist das? Nein, das machen wir nicht. Dann machen wir. Ja. Machen wir das mal so. So und. Und. Hier genau so. Was kann hier hin? Was kann hier hin außer nichts? Machen wir mal ein bisschen Dekoration. Machen wir mal ein bisschen. 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 Ja, da geht auch nur draußen. Stein... Ja, warum auch nicht? So, 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 so... Und dann machen wir mal so... Und... Ja, scheiße, in welcher Stein ist denn das? Ah, 07d, 07d. Dann kommst du hier noch hin. Und du kommst hier noch hin. Ah, sehr schön. Oh! Oh, hier hab ich's noch mal vergessen. Jo. Oh, sag mal! Hier hab ich's? Ja. Hier fehlt noch... Ja, hier mach ich mal nicht. So, dann hätte ich fast schon gesagt, ist mal das Probe hier fertig. Gepäck... Ähm... Ja, wie genau kam jetzt noch mal das Gepäck... Gepäck... Wie genau kam jetzt noch mal das Gepäck bei den... Ähm, hier... bei den Gates an? Weil ich hab ja hier... Förderband... Förderband, aufwärts, abwärts, Treibstoff... Ah, stimmt, das Gepäckdepot... Stimmt, dat war dat. Ähm, dat Gepäckdepot... So... Ach, du Scheiße... Ähm... Okay... Okay, einerseits natürlich hier hin... Und andererseits... Andererseits machen wir das mal hier... Okay... En how SHE wirst muss mich ramrum Gepäck sodium府 VW des 텔�た Barra. Okay, der zweige Gepäck. Neuseig... Gepäckige Gepäckter coat... Entferatie 실 물onen. So, soll das passen? Dann baue ich hier noch ein paar Gepäckdepots hin. Blau Endpump nur zur... Ist nur ausgehend... Nonono, ok. Naja, ich hätte eigentlich gesagt so, oder? 4... 5... 6... 8... Jetzt lassen wir die erst mal bauen. Die haben uns immer noch mit dem Boden beschäftigt. Wo geht denn ihr eigentlich lang? Ach ja stimmt, da habe ich einen Personaleingang hingemacht, ne? Stimmt! Ja, hier kann ich jetzt eigentlich mal ein Förderband hinmachen? Ah! Ah! Ok. Benötigt eine Verbindung zu einem... Von einem und zu einem. Ok. Ah, achso, du baust hier unten. Ok. Du baust hier unten, ähm... Ok. Hm. Ja. So. Dann kann ich doch... ...gleich schon mal das alles wieder einreißen lassen. Was ist da? Also fehlt da jetzt das eine noch, das ist das erste was ich gebaut habe. Hallo? Hallo? Ach, jetzt kommt er euch erst um die Straße oder was? Aha. Ja. Ach, jetzt kommt er euch erst langsam. Ja. 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 Ah, jetzt. Sehr gut, jetzt gehen wir noch mal kurz hier runter. Da... ...machen wir einmal... hier löschen und... ...da einmal hinzherum einreißen. Ja... Äh, ich werde... Ja, ich werde jetzt mal auf Streamrider hier ein bisschen bauen lassen, dass wir hier auch im Untergrund ein Fundament haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich gerne wissen. Wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss!